Hallo! Hallo! Kommt, hier sitzt die Carolina. Was ist hier? Wir sind im Fenster. Okay, krass. Au! Ich habe ein neues Haus gebaut. Ja. Schön! Okay, ich mache gerade ein bisschen Zeit für Fenster. Schön! Ich habe ein neues Haus gebaut für uns. Schön! Danke! Danke! Und ich kann nicht rauskommen. Hä? Da ist es! Hilfe! 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 Ah! Aua! Wer hat mich geschubst ins Kacke? Ich nicht. Ich nicht. Ich auch nicht. Hallo. Oh Gott. Was soll ich denn? Was soll ich denn? Hilfe! 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 Wo ist Exit? Wo ist Eingang? Alex, wo ist Eingang? Da? Wo ist Eingang? Wo ist Eingang? Ich gehe zu Eingang. Ich gehe zu Eingang. Okay, ich bin wo? Das ist Küche. Und was ist das Zimmer? Oven. Und meins? Auch Oven. Alle sind Oven. Unsere Zimmer sind alle Oven. 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 Ich kann Fenster machen. Ich kann Fenster machen. Darf ich diese Zimmer haben? Aber wo sind die Tegel? Ja, ich habe das größte Zimmer. Und wo ist mein? Wo ist frei? Hier. Wo ist mein? Wo ist frei? Hier? Okay. Ich weine mich gar nicht. So. Ja! Das wird das Dach. Das wird das Dachbootet. Ich werde das hier haben. Das ist unsere Dachbootet. Das ist unser zweites Haus. Autsch. Wo? Wie ist das? Hier. Vielleicht kann ich raus. Zeig Carolina, wo ist das Dachbootet. Das ist nie. Wo ist Schnee? Ich lebe beide Sachen, Alex. Und ich suche meine Aschinen. Entschuldigung. Wo ist Schnee? Komm mit mir. Zeig ich dir. Seid. Ich muss meine Sachen holen. Ja, ich auch. Wer ist meine Kiste? Wer ist das jetzt Kiste, Alex? Was? Die hier. Oh, hier. Wo bist du? Ah, hier ist man. Du hast alle meine Sachen hier mit. Ich auch. Ich auch. Ich suche. Ich suche. Ich hab so viele Schneekugels. Voll grün. Voll grün. Okay. Steck Gugels. Steck Gugels. Ich hab nur Schneekugel gesehen. Hand. Wo ist Alex? Wo bist du Alex? Wo ist mein Bett? 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 Hasi, bist du? Hasi, ich muss Essen haben. Von wo kommst du? Wo ist mein Bett? Ich muss schauen, kannst du meine Schüge. Das ist meine Zimmer. Ah. Hä. Was ist passiert mit dich? Was ist passiert? Schau, was ist passiert? Disco Party, Disco Party. Okay, ich geb meine Sachen. Du. Hab ich eigentlich Schüge? Hab ich nicht. Tschüss. Nein. Tschüss. Aber wie ich heiße. Ich weiß nicht. Ich hasse das. So lange kaputt machen. Okay, ich geh zurück nach Hause. Iiii. Lass. 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 Licht. Lass. Lass. Lass, lass, umgehen. Und wenn man hier noch hier haben muss. Lass. 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 Karoline heiße ich nicht, aber wo ist mein Bett? Karoline, Alex, aber wo ist mein Bett? Karoline, ich habe die ganze Zeit gehabt. Ihr seid weg einfach. Wo ist Z? Z? Ey, Alex, Alex, ich mache Hilfe. Wo ist Z? C? I? Ich habe meinen Namen mitgebracht. B? R? Fertig. Fertig. Jetzt muss man nur mein Ziel haben. Was habe ich falsch gemacht? Hä? Aber wer hat mein Bett, meine ich? Will ich schon mein Bett haben? Wer hat mein Bett gestohlt? Ich nicht. Dann warum habt du Weißes? Jetzt mache ich die Kerle. Ich weiß es. Und wo ist mein Bett? Nein. Alles ist weg. Warum bin ich voll dumm? Eisbären. Eine Baby-Eisbär. Oh süß. Alex. Alex, glaubst du, dass ich es auch süß ist? Eisbär. Schau mal. Hey. Menschen, schau wie ich fliege. Autsch. Ich fliege nicht. Ich fliege nicht. Simon hat gesagt, einmal hat ihr Melkopf gefliegt im Herzen. Gehüpf, 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 gehüpf. Ich hüpfe. Heee. Du mein Kind hüpfst die ganze Zeit. Lalalalala. 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 Machen wir ja nicht die tot, okay? Sie müssen leben. Hey, die hat meine Sachen geschaut, andere. Ich auch. Meine sind mehr. Meine ist einfach voll. Nicht weniger. Was ist das? Ah, das ist meine Steine. Hey. Ich hab Steine zu Kackhammer. Sei nicht du? Ich bin du. Du bist du. Ich fliege dich. Oh, cool. Kreis. Schau, ich geh Kreis. Möchte, schau. Sehr, ich geh Kreis. Ich weiß nicht. Ah. Heidekrafting. Aber manchmal muss man fertig machen. Ich bin schon fertig. Der Boden. Ich bin schon fertig. Hecht? Adidas. Ja. Ich hab nichts gesehen. Lalalalala. Ich brauche viel. Gettig. O, J, G. O, J, G. Nein. Darf ich jetzt schnell meine Darbe schlagen? Nein. Bitte. Eine Sekunde. Nein. Was machst du, Alex? Boden da. Unterwaschen. Darf ich dich stellen? Oh, ich wollte. Oben. Jetzt. Was ist heute los? Mit diesem Holz. Guck. Satya. Set. Set. Ich zaube diese Holz. Set. Ich bin du. Set. Bist du dumm, du? Sieh mehr. Ich esse das. Warum hab ich... Hau auf das Holz. Bist du dumm, Holt? Auch. Bist du dumm. Bist du dumm. Soll ich dir Alex helfen? Wai. Ein kraftige Table. Wow. Hallo. Wartig. Gib... Ey. Gib Check. Gib Check. So, wach man. Gib Check. Was? Was ist da lustig? Soll ich mir die Steine nehmen? Ich muss Essen haben von dir. Ich hab Essen. Ich hab auch. Und Schweini. Schweini. Ey. Hey. Wo wird das Holz kommen? Warte. Ich hab... Von Himmel kommen. Warte. Ich hab noch Türen. Hey. Das Holz kommt von Himmel. Tss. Guck. Das ist voll cool. Wo ist meine Türen? Das ist voll cool. Hey. Das ist voll cool. Danke Holz. Ja. Die... Hinten, das kommt dann weg. Ich hab das. Nein. Das ist voll dumme. Du bist Magie Holz. Magie Holz. Ich hab Türen. Das ist Magie Holz. Alex, ich hab noch Türen. Ich hab noch zwei Türen. Ich hab noch zwei Türen. Ich bin Fahrer. Ich dachte, ich bin voll voll, ich bin voll voll, yeah, ich kann noch, yeah, okay, ich habe noch einen, du das bist magierholz, na, hallo, upsi, das wollte ich nicht, willst du ein bisschen das Lego gespielen, das tut weh, andere, ein Wolf, er schreibt mich, ein Wolf, ich soll dich hauen den Wolf und dann weglaufen, Ja. Nein, ich hab Angst. Besser nicht. Ich hab zwölf Türe gemacht. Zwölf? Ja, zwölf. Warum? Da hab ich was. Ich weiß nicht, wo sind die Türe? Und ich suche mein Zimmer. Hey! Sitzen! Hä? Alex, du musst nicht die Türe machen, ich hab Angst. Aber wo ist mein Zimmer? Oben. Oben? Hier? Nein, oben. Aber wo sind die Türe? Ah, hier. Und da? Das ist meine Zimmer, hallo! Ich suche! Hallo, ich kann nicht suchen. Da! Da! Da ist mein Zimmer. Ich hab schon Türe gemacht. Und ich muss alles jetzt machen. Ich hab wohl viel Hilfe. Ich weiß jetzt, was soll ich machen bei meinem Zimmer. Entschuldigung. Ich weiß, was soll ich machen bei meinem Zimmer? Was? Ich kann da rausgehen, da wird dann die Türe. Diese zwei Türe. Und dann baue ich so, wie kann ich schauen draußen. hin Mal sehen. Ich weiß nicht. Hhm, 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 hhm. Hi! 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 Ich mache, warum? Schau, wie steht da wieder? Noch keins. Aua. Ich mache es dann immer kurz schnell zu meinem Zimmer kommen. Geht das? Okay. Ich gebe mehr Holz zu dir. Hallo, guck jetzt. Schneekugeln brauche ich nicht so viel. Ich brauche. Nein, ich brauche. Warum brauchst du Schneekugeln, würde ich fragen. Ja, ich weiß nicht. Wir machen weiter wieder. Warte, ich habe die Pässe. Hopp. Okay. Wir brauchen noch eine Fackel. Das Haus ist dunkel. Was ist Fackel? Genau, wo habe ich das? Licht. Aber gibt es die rauskommen? Aber ich möchte nicht sagen, das auch. Das ist nicht eine. Ich habe meine. Ich will auch, Carolina. Ich habe es auch. Ich habe es auch. Salz und Anilu. Uzi, wo bist du? Zicke. 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 Wo ist der Hazi? Hazi, wo bist du? Getüttet. Na? Caroline, wo bist du? Nein. Ja, ich bin weit. Nicht so weit, nur weit. Ich habe dich zufrieden. Das bin ich nicht. Oh ja. Nein. Oh ja. Nein. Kann ich dir antworten? Ich sehe dich. Hallo. Ich habe auch das, was ich habe. Na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Hey, ich habe das gefunden. Ich will auch. Und ich gebe das nicht. Weißt du was? Oh, es wird nach. Es wird nach. Es wird nach. Es stressiert mich nicht, weil ich schon fährt. Oh, 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 oh. Es gibt auch Skeletten. Auch Kippas. Okay, ich komme gleich. Und jetzt weglau... Ich gehe weglaufen. Schlima, Carol. Schnell, schnell, schnell. Weglaufen, weglaufen. Ich habe nichts von diesem. Ich habe... Hilfe, ich muss das Pferd haben. In Hand. Hilfe. Ich kann eben mit einem Tunnel gehen. Ein. Da geht's. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Ah. Ich habe eine... Ähm... Actionmutter. Gift. Ich habe eine Kartoffel-Gift gehabt. Und ich habe die Gift, Carolina. Ich habe nicht gewusst. Und das ist Gift. Ja, und Karina war Gift. Ich habe auch geerst eine. Und das. Und Karolina war fast dead. Ich nicht. Tod heißt das. Nicht dead. Ah. Du bist Karolina? Ja. Es war das ganze Zeit für mein Loch. Wenn ich habe gemacht. Und ich kann weg, muss ich dich kaputt machen. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Jetzt bin ich aufgewandert. Ja, das Beste. Jetzt liebe ich das. Erste. Ich war fast tot. Das ist niemand, was mich angeht. Ja. So. Oh. Ohlala. Kein Stein. Ich habe Steine. Ich habe auch. Na, so komische Steine. Ich habe Steine. Aber ich glaube, ich... Prostest. Alex, Prostest. Steine. Prostest du, Alex? Ja. Ich habe... Guck hier. Wo bist du? Hier bist du. Bitte. Eins. Und noch eins habe ich. So eins. Bitte. Okay. Okay, jetzt muss ich hier rauf gehen zu meinem Zimmer. Puh. Ich habe ein Ei. Tschüss. Ich muss meine Türe nicht öffnen. Oh, ich habe das da. Das da. Ulf kann mit meinem Zimmer ein Zimmer kommen. Ich habe meine... Eine Kuh! Eine Wuskelkuh! Carolina, wo bist du? Ich weiß nicht. Hier bist du. In der Ecke. Okay. Da kann... Äh... Jetzt ist alles. Und machen wir... Äh... Drei... Äh... Eine... Äh... Hier bist du? Na gut. So weit? Hallo, Carolina. Kann ich mit? Carolina, kann ich mitmachen? Nein. Das ist für allen, Carolina. Was? Das? Was mache ich? Ja. Nein, das ist... Das ist mein Zimmer, die Steinzimmer. Aber kann man auch das haben? Nein. Weil ich brauche Pär. Ich gehe doch Pär hoch. Ich brauche auch, Carolina. Muss mal auf. Ja, warum brauchst du dich selbst? Weil ich weiß nicht. Weil ich einfach Pär nicht. Baby... Nick? Wo bist du? Aua. Ein Kegel. Aber bitte dich. Komm mal ein bisschen locker, okay? Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Warum? Das ist Walziba. Ich habe für Walziba durchgebracht. Carolina muss man auch haben. Ein Apfel. Vernehmt mein Apfel nie. Und für niemand weiß etwas. Geheimt Apfel. Ich werde auch haben. Eine Kuh jetzt sehe ich. Alex würde mir einen Balkon haben. Mh. Außer du. Mh. 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 Glaube ich kann etwas kraften. Na gut. Ich mache doch Gläser und bin nicht fertig. Da fehlt mir etwas. Ich habe... Ich habe auch viel Sand, Alex. Da mache ich für mich auch Glas. Das Haus ist für mich so kompliziert. Und das kann ich nicht so finden. Mein Zimmer habe ich mit. Sonst kann ich nicht. Ich gehe zum Geheimanglauben. Ich kann dich raus. Hilfe. 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 Ja. Hö. Ich mache, äh, das zu machen. Es kann nur nicht das. Ich brauche normale Fenster. Jesus. fold-up table타ons oder nur normale Fenster. son. Sundayend. Ich brauche da ein bisschen zu was hin, weil ich dann immer runter falle. Warte, ich kann nicht was erinnern. Wo ist es geht? Wo ist es geht? Oh, ich habe vergessen. Ich bin zu meinem Gehörteingang. Ah ja, ich bin zu meinem Gehörteingang. Ah ja, ich bin zu meinem Gehörteingang. Nicht das. Ein bisschen Sati. Nur ein Kuh. Schau, ich habe mein Gehörteingang. Super. Das gefällt mir, diese Gehörteingang. Warte, schau, was kann ich kratzen? Ich brauche nur ein bisschen saft. Und ich habe die Stücke. Ah ja, ich brauche sechs Sonnen. Ich werde so lange. Tschüss. Wo gehst du denn? So lange irgendwo. Ich sagte ja nicht in mein Geheim. Na super. Ich habe keine Stücke. Alex, hast du Stücke? Hm, glaube ich nicht. Oh ja, vier. Vier Stücke? Darf ich, äh, darf ich... Hast du auch ein Holz? Äh, drei Holze? Entzähl, warum? Ich wollte was haben vom Holz. Ich muss etwas... Warum du das Malz machst? Oh ja, wie viel Holz. Darf ich ausbauen, diese drei, äh, alle Hölze? Ja, alle nicht dafür, okay? Ein Sticklein. Carolina, brauchst du einen kräftigen Table hier? Ich gebe doch zurück. Carolina, brauchst du hier kräftigen Table? Nein, nein, nein. Bitte. Ich hab schon kräftigen. Das ist... Das bin ich. Es nicht. Das bin ich. Nicht. Bitte. Ich esse nicht. Das bin ich. Nicht. Ich bin zu Hause. Okay. Dann gebe ich... Wo bist du kräftigen? Das mache ich hier kräftigen Kippen. Und dann kann man weg kräftigen. Besseres. Da, 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 da. Das bin ich zu gefährdet. Ja. Das kann ich. Dann mache ich weiter, das Koppelstode. Cool. Wo ist die Fliegemaus? Wo? Kann ich tuteln? Soll ich? Wo ist es? Das ist... Du! Dann habe ich dich nichts passiert. Hä? Ich habe etwas gefunden. Die Fliegemaus, bist du dumm? Ich habe Angst. Ich kann da nicht schreiben. Keine Angst. Sie haben auch gar nichts lassen. Tritt mal. Dann hau. Ihr ist voll drin. Und wo? Ich wollte hier gehen. Tschüss. Das ist ja ganz lustig. Nein, ich habe Angst. Ich brauche eine Tassenlampe. Ich habe keine Tassenlampe. Ich habe keine Tassenlampe. Oh ja, hier. Kann ich? Kann ich? Ich brauche. Ich brauche nicht. Oh, das ist kein Koppelst excuse. Ich gehe da hinein. Wofür das ist? Ja, brauch ich da. Na gut, jetzt geh ich wieder auf, wieder auf. Und ich kann was, kenn ich mal. Dann kann man was cooles grad nehmen. Mal so ein Kobbelsturm. Voll cooles. Ich geh ein bisschen Holz. Holz mal, geh rein. Was hast du gemacht, Karolina? Geh da rein. In Hand. So, geh. Oh je. Was hab ich gemacht? Und du musst doch. Quatsch, ich brauch jetzt eine Lampe. Gut, dann hab ich ein bisschen, ich hab eine Lampe genommen. Dann kann man mich hier geben. Das heißt nicht Lampe, Taschenlampe. Ja, ja, irgendwie kann man heißen, das bitte nicht reden. Okay, dann machen wir rein. Alex? Ja? Ich kann aber Taschenlampe auf, äh, zweite Hand nehmen. Was ist das? Was ist das? Ich hab Robi. Und? Geht nicht. Mach dich sauer, okay? Dann nicht mal geht's. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Entschuldigung geht nicht. Die Kobbelsturm. Das ist Kohl. Ich pack das eigentlich. Aber gibst du mir dann noch ein bisschen Kohl? Wie kann ich, äh, ja... Kuchen? Nein, äh, Licht machen. Aber ich brauch auch. Hm? Willst du, äh, willst du es einen Kohlkasten geben? Mhm. Weil ich mir kein Licht mache. Ich... Und ich nehme auch viel Kohl. Ich hab gleich ganzes Kohl. Na gut, das passt. Ich habe fast den ganzen Kohl. Ich werde noch ein bisschen da. Hier gibt's nur viel Kohl. Ist auch das nicht so viel. Wie viel Kohl habe ich? Da schickst du mir eine? Mhm. Hä? Ich hab... Ah ja, ich habe... Ich hab so ein Urviel Kohl gehabt. Gibt's keinen Kohl? Glaub ich. Hast du es? Ja, aber hier gibt's nicht mehr. Alex... Alex was hier? Ja. Alex war dort. Und ich hab dort gesagt. Hm? Flieger? Ich hätte noch immer Kobelstorn. Ja, und ich gebe in deine Kiste Kohl. Danke. Ja, ja, ja. Brauch ich nicht wussten. Habe ich zu viel. Wo ist Kobelstorn? Wo ist jetzt gekommen? Ich hab zu viel gewacht. Was? Etwas. Kilo? Nein. Warte, ich brauche... Die hier sind zu mir Fliegermausen! Dumme. Dumme Flieger. Na gut. Ich bin zu Hause. Ich habe eine Fliegermausen gehauen. Ah! Ah! Was ist gut? Ah! Das sieht gut. Fand ich! Ist noch jemand nach Caroli da? Hm. Vielleicht, weil ich gewöhne. Was? 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 Okay, ich glaube es dann reicht. Jetzt. Easy. Jetzt kann ich eine Suppe machen dann. Lieber mache ich mit der Saufen. Lieber mit Stuck. Mit Stuck, weil dann habe ich keins. Noch. Wer ist ein Mädchen? Ich. Ah, ich spiele ein Bub. Okay. Ich spiele kein... Cobblestone! Hallo Linge, du bist bei Cobblestone. Na ja, super. Na ja, super sagst du. Na ja, super sagst du. Ich war erst mega fertig. Jetzt geht es um dir. Nein. Wer macht den Dach? Ich. Dann alles hat Cobblestone gemacht. Ich habe nicht gewusst, wo warst du alles. Kannst du sein. Und ich habe mich verloren von deinem Haus. Verloren? Ja. Ja. Aber du hast eigentlich einen Kug gefunden. Einen Kuss. Heiß auch brauche ich. Wie siehst du Schnee? Gehst du dort? Wird das so? Wurde mein Schwert? Also da. Muss ich mit... Schönen. 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 Es ist so laut. Du hast bei uns geschrien. Hey, bin ich so laut? Dann hast du so gefreut. Jetzt kann ich still Gläser machen. Ich nicht, weil ich... Ah, muss man auch nicht gucken. Ich nehme schnell bei der Taschenlampe. Ey, was sind die Lampen? Ich habe Lampen verloren. Was sind meine Lampen? Kuckuck. 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 Ich schaffe es nicht. Jetzt kann ich ganz kraften. Jetzt muss ich euch suchen. Hast du Mappe? Ja. Hast du dich? Hast du? Nein. Du hast zwei. Ich weiß, ich habe herumgegangen. Habe ich. Aber erst hol ich das dein. Nein. Ne, Mappe und dann siehst du, wo sind wir. Ich weiß eh, wo wohnen wir. Ich habe nur herumgegangen, glaube ich. Da. Da. Ich habe ein bisschen Licht gebracht. Ich habe doch... Oh, 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 oh. Hast du Licht? Hast du Licht? Bitteschön. Dankeschön. Ich habe Hand. Warte, ich gebe doch ein bisschen. Okay, dann machen wir das nämlich so. Da. Carolina. Warte, gib es. Gib es. Bitte, bitte. Ich weiß... Ah, ich habe gemütet. Na ja, brauche. Juka. Ich habe zwei Tots. Ich habe gehült von hier und dann... Oh. Oh. Ich mache dir doch ein bisschen. Ah. Ich bin tot. Echt jetzt? Ja. Von wann? Ich habe mich allein tot gemacht. Ich habe mich allein tot gemacht. Ich habe von hier... Von hoch gehüpft. Das ist voll gut. Bitte. Es sieht gleich aus, Alex. Was aus? Ja. Zeit. Warum? Und dann bis zum nächsten Mal. Wartet nicht Minuten.